So liebe Freunde, willkommen zu unserem 1000 Abonnenten Special. Dank euch sieht das eigentlich jetzt jeden Tag so bei uns aus. Der Makaze lässt sich bei 33 Grad im Schatten die Sonne auf den Panzen knallen. Unser Kameramann Nick kriegt gar nicht mehr genug von Würstchen, Steaks und Kobe Rind. Und ich stelle hier im Pool natürlich heiß eingefüllt. Geld haben wir ja. Aber das Ganze ist ja erst nur dank euch so groß geworden. Und deswegen haben wir was für euch vorbereitet. Wir geben euch einen Teil zurück von dem, was ihr uns gegeben habt. Und das könnt ihr gewinnen. Wir haben sehr, sehr geile Sachen für euch am Start. Und zwar drei Destiny T-Shirts. Wir haben drei Skins für eure Playstation 4. Und was ganz, ganz, ganz Besonderes. Wir haben drei ESL One Tickets. Für die Kölner Lanxys Arena diesen August, da sind wir natürlich auch dabei. Die Karten, die natürlich sonst richtig, richtig teuer sind, bei uns unverkäuflich, kriegt ihr von uns geschenkt. Ein Ein-Haupt-Gewinner. Gewinnen ist eigentlich ganz einfach. Teilt dieses Video auf Facebook oder Twitter, like dieses Video, abonniert diesen absolut coolen Kanal und habt uns dann einen Kommentar unter das Video, was ihr genau gewinnen möchtet. Wir sind schon gespannt, wen der glückliche Nick diesmal aus dem Pott zieht nächste Woche. Ich bin glücklich. Sehr, sehr glücklich. Zeit habt ihr bis nächste Woche Sonntag und viel Glück. Jetzt tun wir mal eine Wurst hier. Ja, Wurst ist fertig. Jetzt wird die Kratzen. Die ganze Fassade bricht auseinander, dieser Billig-Puhl, all den Scheißer. Ja, lecker. Niemals Geld für eine Zange haben wir, alles wieder eine Fassade. Alles gut? Ja, lecker Wurst. Du bist schön am Grillen, aber... Würstchen sind wichtig. Würstchen sind wichtig für die Welt, weil Würstchen machen Menschen glücklich. Sämtliche Arten von Würstchen. Oh, ich Passe. Ich hab mal ich auch noch auf den Blick. Ich hab ja auch gemacht. Ich hab jetzt noch aufgenommen. Ja. Das war ich eben.